Welcher noch halbwegs normal denkende Mensch würde einen Kredit aufnehmen, damit er sich eine Tankfüllung kaufen kann, damit er eine Arbeit fahren kann, damit er sich wieder eine Tankfüllung kaufen kann? Du bist immer ganz vorne. Ja, das ist ein Traum, du bist ein Traum. Natürlich bin ich immer ganz vorne. Wo ich bin, ist vorne. Das ist nicht so, das kannst du ja gar nicht sagen. Wo ich. Servus, ich habe die Ehre, Enka Stephan.